So Freunde, so geht das hier am Rosenweiher. Wir sind ja nicht in Hamburg, wir sind ja nicht in Niedersachsen. Nö, wir sind hier am Rosenweiher. Guckt euch das mal an. Und jetzt bleiben wir mal drauf. Oh Mann, lieber Petri Heil, ne? So, muss das. So, guck euch das mal an hier. Ja, das ist der Rosenweiher. Guck mal, was für schön die Lechzuckellen das sind. Herrlich, guck mal, guck mal, guck mal. Ja, schleppen ist wieder angesagt, Freunde. Hier vorne auf dem Stich ein bisschen schleppen. Bisschen hin, bisschen her. So geht das hier. Guck mal hier. Herrlich. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.